You got to bump it up, don't you know, bump it up You got to bump it up, don't you know, bump it up You got to bump it up, don't you know, bump it up Hey Freunde, willkommen zum Holgien-Test, wir testen heute eine Neuheit 2022 beziehungsweise für den Markt 2023 Ja, das sind die Wüssling Airplanes von Classic Es sind neuartige Vögel, sie haben eine Dreifachverwandlung, soweit ich weiß Sie haben den normalen Aufstieg, sie pfeifen und dann kommt noch ein Effekt raus Entweder Crackling oder noch was anderes, ganz sicher bin ich mir gerade nicht Dennoch eine schöne Neuheit, wie ich finde Und deswegen gehen wir auch mal raus und zünden da mal ein Päckchen für euch weg Ein I.M. auf die vier Vögel sind übrigens 60 Gramm und preislich ungefähr 5 Euro Ganz genau weiß ich es nicht mehr, war halt ein Spontankauf Also bis gleich draußen zur Zündung So, jetzt haben wir wieder die Neuheit von Classic, der Wüssling Airplane Schauen wir uns mal an, die schönen Vögel Ja, jetzt wollen wir sagen, morgen Griff ins Klo Schauen wir uns mal den nächsten an, ob der besser ist Ja, okay Ein bisschen Pfeifen tun sie ja, einen Effektausbau haben sie auch Ja, ab und Baumrünn Hat diesmal auch nicht gepfiffen Und der letzte aus dem Vierer Set Ja, hat uns abgeschossen Aber, naja, also eine Empfehlung würde ich nie aussprechen Macht's gut Freunde, bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.